Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben. Ich habe ja gesagt, es kommt noch ein kleines Ankündigungen zum FAQ und auch dieses Video ist unterstützt durch OneFootball. Ihr seht es da oben rechts. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal drauf, schaut euch die App an, wenn ihr sie noch nicht haben solltet. Ihr macht keinen Fehler damit, im Gegenteil. Es ist wirklich, ihr könnt OneFootball für euch selber personalisieren. Was ihr sehen möchtet, was ihr nicht sehen möchtet. Also wirklich super geil. Beide Daumen nach oben dafür und schaut es euch einfach mal an. So, kurz zum FAQ. Ich habe es schon auf Instagram angekündigt gehabt. Es soll ein FAQ kommen nächste Woche. Dazu brauche ich eure Fragen, was ihr schon immer mal von mir wissen wolltet. Und ich würde sagen, haut nur eure Fragen bitte einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich werde versuchen, auf jede Frage einzugehen. Ich werde versuchen, jede Frage zu beantworten. Das ist natürlich, wenn sie doppelt gestellt ist, beantworte ich sie einmal. Ansonsten, wie gesagt, bitte Fragen unten in die Kommentare. Und ansonsten, das wird es dann auch schon gewesen mit dem heutigen kleinen Video. Wir sehen uns nachher im Stream wieder. Ich würde sagen, haut rein, bleibt sauber bis nachher. Und nicht die Fragen vergessen. Bis später, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.